Ja, super! Super! Arriba! Arriba! Andere! Andere! Oh! Ich hab' mir wehgetan. Dafür wirst du bezahlen, mein Lieber. So. Dreh dich! Dreh dich! Und dann wollen wir hier mal schauen. Oh, wieder eine Fee. Ich spreche mal kurz mit dir. Sie sagt wahrscheinlich, ich hab die Fee in diesem Einbrun freigelassen. Bla bla bla. Ja, komm. Boah. Ich bin beeindruckt, dass du es bisher geschafft hast. Um deine bisherigen Mühe zu würdigen, werde ich die Fee in der Quelle von Thirone freilassen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du Eis dazu machen kannst. Ah. Okay. Hab' ich? Hab' ich im Sepertoire? Und zwar ist das der Morgenstern? Natürlich. Okay. Ähm, was haben wir hier unten alles? Paar Moblins? Bulbins? Paar Eisledermäuse? Okay. Wie ich einfach hier nur draufballere und trotzdem gewinne. Das ist irgendwie nicht mehr feierlich. Ähm. Sack. Auf zum nächsten. Was haben wir hier? Ach, einfach runter. Was war denn jetzt hier? Ah, ich verstehe. Ja, das ist nicht gut, was ich hier mache. Aber ich mach's trotzdem so. Wow. Wow, die zieh mir... Ah, die zieh mir. So. Haben wir mir die ganze Zeit Leben abgezogen? So passiv irgendwie? Ich wühle mal hier. Vielleicht krieg ich ein Herzchen. Oh, tatsächlich! Haha. Damit hab' ich jetzt nicht gesechnet. Wie cool ist das denn? Hm, hab' ich das erste Mal jetzt so gesehen. Hm, cool. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus bei solchen Spielen. Ähm. Nun schauen wir mal, was hier ist. Ja, pfff. Ja, pfff. Okay, ja. Ja, genau. Ist klar, Leute. Ist klar, Leute. Besucht euch. Mann, Mann, Mann. So. Das war kein netter Beschüßungsakt hier von euch. Und schon wieder so ein leder Saum einfach. Ne, oder da sind welche? Oh, ne. Ne, 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 ne. Ja, es war mein Fehler. Ich weiß. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Weg, 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 weg. Oh, shit. Da ist ja noch einer. Ah, das war nicht gut. Oh, shit. Ja, ja. Ist nicht nett, was die hier... Natürlich war ich das nicht. Oh, Hilfe. Batz. Batz. Kapuut. He, he. Bam. 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 Und zäh. Und plan. Ja, ist, äh... Naja. Oh, ich schwär. Zum Glück bin ich ab und zu ausgewichen. Ich hab mich gefragt, ob das jetzt hier... ... auch noch irgendwie... ... was zum Wühlen gibt. Ist ja schon Luxus, irgendwie. Nö. Scheint einmalig zu sein. Naja, einmalig wahrscheinlich nicht, aber... Das war gerade echt ein Glücksteffer, dass ich da einmal... Wow. Okay. Ähm. Wie machen wir das am besten? Ja, so nicht. So, du bist kaputt. Gut. Ähm. Zurück. Und dann gucken wir mal wieder runter. Wow. Okay, komm. Ja, komm her, komm her. Das ist wirklich kein netter Empfang. Wirklich nicht. Man wird schon von oben... ... einmal abgeballert. Das ist doch wirklich nicht nett. Und hier... Oh, hier ist Schnee. Was sind das denn für welche? Ah, das sind Skelettkrieger, ne? Äh, dann wollen wir doch mal was ausprobieren. Ich bin einfach mal so mies. Oh. Patscha. Mhm. Ja. Super. Jetzt habt ihr euch natürlich da hinten versteckt. Das finde ich nicht nett. Obwohl... Sehe ich die oder sehe ich die nicht? Ich kann es echt schlecht erkennen. Ach, was soll's. Na, alle kaputt. Hahaha. Wie witzig. Oh. Oh. Mega-Spinn. Ob ich die auch mit... Ich hab dich mal einfach mal so von alleine gelassen. Was für ein Wortspiel. Ah, da kommt jemand. Oh. Ey, wenn ich den jetzt nicht kaputt bekomme, dann... ... würde ich echt den fahrt, ne? Wer ist da zurückgekommen? Das ist jetzt meine Frage hier gerade. Was? So. Ja, komm, gehen wir runter. Ja, 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 ja. Ich kümmere mich erstmal um die Kleinen. Obwohl ich jetzt ja schon brauche, die einfach mit einer Bomben... ...mit einem Bombenfall alle mal so... Bam. 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 Voll schwer hier, diese Spinnen. Oh, ja, komm. Ich mach dich so kaputt. Komm, heb dich. Ja, ja, ja. Niedlich. Niedlich. Und weiter geht's. Oh, oh. Nee, 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 Leute. Ah, legt euch mit dem Falschen an. Boom. Kaboom. Bam. Bäm. Na, gegen den Falschen kämpfe ich so. Keine gute Idee. Doch, war ne gute Idee. Komm. So, wie viele Herzen hab ich verloren? Fünf. Ey, ich dachte, die sind schon... Was ich nicht gut heißen kann. So, was haben wir hier? Ähm. Was sind das für... Das sind wieder so Skelettkrieger, ne? Hm. Ach komm, was soll's. Oh, da ist, äh... Ist der Big Boss. Ja, aber, äh... Nützt den auch nicht irgendwie. Kommt her. Guck mal, wie armseelig diese Gegner sind. Bam. 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 Hey, du sollst uns mal hier auffackeln. Hm. Wie weit bin ich denn jetzt überhaupt? Ich müsste gleich bei Stockwerk... Oh. Oh. Ja, ich bin bei 30, ne? Scheint es mir. Das Beste ist ja sowieso, anstatt, dass sie mich heilen, hier an Ort und Stelle, sagen die einfach, oh, ich lass die Fee dann an einem anderen Ort frei. Ja, bla bla bla. Dir geb ich keine Fee. Aber du kannst trotzdem weiter nach unten gehen, um irgendwie zu vertecken. Ja, ich bin eins. Bla bla bla. Ja. Statuen muss ich jetzt bewegen. Oho. Okay. Dann werde ich mal mein Bestes versuchen. Oder geben. Oh, nö. Das ist jetzt, das ist jetzt aber unnötig. Unnötig. Wirklich unnötig. Oh, ich hab noch zwei Bomben. Sollte doch ein bisschen, äh... Sparsamer damit umgehen. So, jetzt versuch ich mal mit beiden Händen. Okay, erwischt. Cool. Auch erwischt. Aha. Ne, das war, das war schlecht. Den hab ich auch erwischt. Und die anderen zwei, die mach ich dann von unten. Naja, so weit kommst du dann nicht. Denn jetzt kann ich mich in Ruhe um die Fledermäuse kümmern. Ja, man muss hier schon ein bisschen mit Taktik rangehen. Und ansonsten kann das ja alles ganz schnell zu Ende gehen. Und Wiimote, komm. Nein? Doch. So. Na, okay. Was ist denn, wenn man keine Pfeiler mehr hat? Dann kommt man nicht mal weiter, oder was? Ey. Vorsicht, Freundchen. Ich glaub, man musste nur die Fledermäuse kaputt machen, ehrlich gesagt. Ja, einfach drauf, los, komm. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ich glaub, ich muss die einfach vom Schalter weg tun. Ach, Mann, Wiimote. Und jetzt? Ich mach's jetzt einfach mal. Also was anderes kann ich mir jetzt nicht erklären. Und es ist doch wirklich kaum zu glauben, wie... Ja. Dankeschön. Und jetzt werden wir wieder... Was werden wir denn ausfisten? Wir nehmen den Bummesang. Werden aber den Endtagen ausfisten. So. Ja, denn da oben lauen ja schon wieder ganz viele Fledermäuse. Ja, ich muss mich ja ein bisschen konzentrieren, Leute. Ich bin schon schnell genug, mit dieser... Remote irgend... Irgendetwas anzufangen. Und jetzt kommt der letzte... Na, kommst du nicht dran? Vielleicht noch einen steht vor? Jetzt vielleicht? Ja, komm, wir gehen so unter. Oh, 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 oh. Das sieht nach viel Ärger aus für mich. Hab ich da... Hast du richtig gesehen? Da war ein Feuersalamander? Hab ich doch richtig gesehen. Und ich denk nur so... What the fuck? Wir können doch sowieso nichts. Was ist das denn jetzt hier? Egal. Was frag ich mich überhaupt? Ich muss einfach nur alles kaputt kloppen. Mehr nicht. Oh, hier ist wieder ein Geist. Na toll. Aber diese anderen Gegner wollen mir auch nicht gefallen. Deswegen wäre ich jetzt doch... Die erstmal mit fallen Bogen fertig machen. Ja, scheint irgendwie nicht so viel zu bringen. Ich glaub, das sind wieder Zombies. Was machen wir denn da am besten? Erst den Geist oder erst die Zombies? Geist, lass mich in Ruhe. Ich will nur auf die Zombies erstmal. So, batz. AbsATH Eiweiss. Ich will nur auf die久